Irgend, nur diese Frage. Oh, ich bin bei Maui. Hab ich schon seit Jahren gar nicht mehr gespielt. Ach, zu der Kiste. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welcher Lorenz-Skin für die Kiste da war. Ja, das war so ein roter Dämonik. Ach, keine Ahnung. Okay. Noch Dämonen können Anzug haben. Tatsächlich der Lava. Ja, okay, das passt ja wirklich nicht. Ja, also manchmal sind die Kisten-Zusammensetzungen echt seltsam. Man merkt dann so, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir müssen jetzt noch einen anderen Gott und noch drei, vier Skins mehr reinpacken und sonst ist die Kiste zu billig. Also sonst ist sie zu gut, quasi. Alexa? Nein, nicht du. Komm, schnell. Nicht du, Tablet. Schnauze. Aber willst du vielleicht? Dankeschön. Oh Gott. Oh Gott, wär noch gut. Komm, hier. Noch alle Favor. Ach, ja, ja. So, das heißt hier zwei. Zwei würden die den Disco-Made-Android mit aufs Zimmer nehmen. Und was mit den anderen? Trauen sich nicht. Sind gerade beschäftigt. Die 2.34 durchgoogeln. Hm? Ich hab gerade meiner Katze wie die Kamilze gekehlt. Ah. Dann sollen wir dich einfach hier so fragen. Was würdest du denn dazu sagen? Das hab ich nicht gesehen, deswegen kann ich das nicht sagen. Du kennst ja den, 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 den Made-Android von Disco. Der ist nicht so meins. Nicht so deins. Okay, okay. So, schade. Schade. Shards sind eigentlich total gut, aber ich vergesse hier mal einzusetzen. Das ist richtig, richtig dumm. Wir werden Spaß haben. Okay. 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 Hoffentlich habe ich ja diesmal einen kompetenten Jäger dabei. Hi, ich bin der neuen Gott. Schauen wir mal, wie kompetent ein Jäger ist. Sein Jäger ist am Anfang noch nicht so geil. Okay. Wir machen ja zuerst Green & Purple und dann erst Grey, right? Ja. Ja. Okay. Wenn wir's schaffen. Ja, kriegen wir ihn. Man muss sich übrigens voll dran gewöhnen, dass man nicht mehr rechts oder links vorbeischießt, sondern einfach über die Mitte. So mit den Auto-Attacks zielen. Was ist jetzt da auf? Die Gruppeneinladung im Spiel rechts unten? Was genau heißt das? Lockpane? Ich hab nen Bug. Ach so. Ach, das will er uns damit zeigen. Ja, das ist ja blöd. Ich hab's schon an die Kacke. Ach, komm mal. Ich hab's schon an die Kacke. Ich hab's schon an die Kacke. Ach, komm mal. Bei mir bist du eindeutig, ähm, zur... Ja, guck mal, ist doch die Sicht über den Löwenkörper. Also der eine lag nämlich direkt vor dir, der andere nicht. Ach so. Ich hab's ne schönere neuen Winkel ein. Ich muss vor diesem Kistall, der da steht, aufpassen, wenn der platzt, äh, ist das geschaden. Ich hab da halt richtig viel Schaden gefressen und ich hab keine Pots mehr. Und ich muss gehen, weil da kommt Medikoros. Das Bastion hat mich tatsächlich diesmal gerettet. Ich hab mich direkt dahinter verstecken können. Aber ich muss zugeben, ich glaube ich hab dich gerade umgebracht. Als wir früher sagen können, dass du gehst, weil ich war halt noch im Tekken. Äh ne, das war gar nicht das, sondern ich hab den gepullt. Und also den Medikoros. Und ich glaube das war gerade die schlechte Entscheidung. Ich mach mal einen Fake-Mischer. Ja. Jetzt ist dieser auch noch ein bisschen Def. Ah, schade. Ich bin sehr vorgehalten. Au. 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 Uppe. Die Wave kommt gerade. Das ist schlecht. Okay. Ja. Du musst das Feld gleich mehr lange da stehen. Hm? Das Grasfeld bleibt sehr lange stehen. Ja, merk ich auch gerade. Man kann echt mehrere hinstellen. Drei Minuten. Ja, drei kann ich hinstellen. Ja, drei kann ich hinstellen. Drei Minuten? Lol. Außer ich stell's für anders hin. Und ich mach im Feld Attack Speed. Du bist unsichtbar, wenn keiner drin steht. Also alles unsichtbar. Äh, und ich mach einen Giftschaden, wenn ich's richtig im Kopf hab. Ja, ich dachte eigentlich, dass er in diesem Bus steht. Ah, da ist er. Er hat den Gold Buff gemacht. Und guten Abend Tovo. Wie geht's denn? Ich will, dass der da nicht da ist. Okay. Das war nicht krass jetzt hier. Guti. Okay. Boah. Boah. Also Silvanus holt down, aber manche Kugeln. Manche Kugeln. Ja. Und die Katze spricht auf dem Tisch wahr. Es fehlt ein S, aber ich glaub ihr versteht was ich meine. Ah, Shoot. Ja, diese, diese Ult von Manticoras ist gefühlt seienbar. Ja. Ja, es ist wie ne freier Ult. Nur noch schlimmer. Mit ne arme Ult gemixt. So würd ich's beschreiben. Warum? Ja, und Gift oder so? Ja. Gleichzeitig ist noch. Du kriegst auch, glaub ich, Protection Reduction. Auch noch. Die Leute sind schon auf dem Verrecken und, äh, unbewohnt, äh, weil sie in der Luft sind. Und dann sowas. Der Wecker geht um vier. Ja, ich weiß auch nicht, weil wir sind, obwohl eventuell will ich, ähm, ja keine Ahnung. Also ne Runde zwar machen wir hier auf dem Vernehmungsmaid. Nein. Was? Achso. Nein, ich bin von der Maiki. Entschuldigung. Ich war grad total irritiert, wofür du mich jetzt shelltest und nicht das so zu fuhren. Why? Nein, das war die Katze, die ist auf dem Tisch. Ich muss sie gleich rausschmeißen, wenn ich irgendwie tot bin oder länger. Ja. Ja. Sie darf halt nach haus und dann macht sie fucken. Oh, ich merk aber grad, dass ich total, hm? Ich hab mir neben meinen Kopf gelegt und guck mich einfach auch an, als hätte sie nichts getan. Hier ist auch jetzt Katze unschuldig, Katze immer unschuldig. Ja, immer. Jetzt liegt mal Back. Bestimmt, den Kloak vergesse ich auch immer. Ja. Na ja. Na ja. Na ja top, aber das Gute ist, ich hab schon mal ins Spiel reingeschaut, das heißt wir werden nachher exzellente Frames haben. Ich hab schon vorhin getestet, so mit Streaming gleichzeitig, das werden so hundert, hundert Frames sind drin. Und das find ich schon ziemlich nice. Weil auch die, die Auflösung, also die, die Duffing Einstellungen gar nicht so scheiße sind. Teilweise Ultra, teilweise Max. So, Katze aus dem Raum gesperrt. Hm. Sie ist grad wieder auf dem Router gekommen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Achso. Lol. Hier. Ah. Mitte. Okay, die ist auch Level 6. Aber anscheinend war das nur ein DC, kein Rage Grid? Oh Gott. Oh Gott. Irgendwas. Oh ja. Tofu, ich hab das. Oh nee, warte mal. Ich hab jetzt mittlerweile eine 20 irgendwas. Ich vergesse das immer. Ich glaub ich hab das noch nicht nachgetragen, dass ich jetzt eine 20er hab. Lass mal eben nachschauen im Nvidia Control Panel. Genau. Das soll ich tatsächlich korrigieren. Da hast du recht. Magst du mir mal eben so eine Discord Nachricht schreiben, dass ich das, äh, dass ich das mal anpassen will? Ich vergesse das ständig und wenn mich nicht jemand irgendwann daran erinnert, dann ist es so ein Ups, I did it again. Genau, ich hab eine 2060 Super RTX. Genau, das war das. Genau, die Zeiten der 1660 sind, äh, schon zu einer Weile durch. Achso stimmt, ich hatte meine 1 ja schon eingesetzt. Ach. Die Pause für, für, die Pause vergisst man immer so Dinge. Und Servus Kreide. Wie geht's? Genau, also die, ich war schon wieder, ich hab schon wieder vergessen. Ich glaub es war eine 2060 hab ich gesagt. Ja, die 2060, ähm, habe ich tatsächlich auch geschenkt bekommen. Das war super krass. Von einem ganz ganz lieben Menschen. Total Banane. Ah. Ja, ist wieder zurück. Das sind 3070, nice. Das freut mich für dich. Äh, es ging hierbei eher darum, dass ich, äh, bei Atomic Heart mit meiner 1660, äh, anscheinend so viele Frames, also 100 Frames hinbekommen soll. Auf Max Einstellungen, während ich streame. Und das ist halt, das ist halt Bullshit. Das tue ich ja nicht. Sondern ich hab nur vergessen, äh, mal meine, mein Panel, wo drin steht, was in meinem PC drin ist, äh, abzugraden. Und nachzutragen, dass ich eine 2060 hab. Dreck legislativ. Der hat dritte. Oh, der Tor ist mit der Unklapprad. Der Tor ist ein bisschen feined. Der Tor ist mit dem Wettkrad. Der Tor ist ein bisschen feined. Ich glaube die Ulti war ganz gut. Green Buff, Green Buff, Baby Green Buff. Nee, kann ich die leiden für ein paar Monate. Ja, das Problem ist, das ist zwar verliebt mit die Toffo, aber geliehen bringt mir, keine Ahnung, nicht so wirklich viel. Ah shit, oh, das tut weh. Ich kann das nicht tanken. Warum tut die mir so, warum macht die mir so viel Aua? Vermutlich, weil ich das dritte Item noch nicht mehr fertig gebaut habe. Ja, okay, komm. Naja, ich hätte ihm einfach eine 2 hinschmeißen sollen, das wäre von mir. Genau, weil das Ding ist, es ist tatsächlich zu viel Arbeit, die ein- und auszubauen mit Grafiktreiberaustausch etc. Wenn, äh, wenn sie da nur ein paar Monate ist. Da, glaube ich, das ist tatsächlich ein System, das ich, das dann erstmal da bleibt. Ernsthaft? Sylvanus überlebt das mit 3 HP? Das ist ja elend. Die haben das alle überlebt. Ja, aber Sylvanus hat das halt wirklich, der hat, ich habe jetzt erwartet, dass er an deinem Gift stirbt. Ja. Tja. Das ist ja mies. Genau, ähm, das Ding ist, ich wüsste auch gar nicht, wie lange ich überbrücken würde, von daher, ähm. Genau. Aber wie gesagt, total lieb von dir das Angebot. Das ist nicht zu schätzen, weil so eine Grafikkarte ist ja halt auch schon, echt, ja, ist halt ein Feuerding. Leid man auch nicht mal eben aus. Also Grafikkarte, da habe ich sogar noch eine 980er Nividier. Ja. Enemies in the right lane. Ja, also, ich glaube, als nächstes geht man, ich weiß gar nicht, wenn geht man in das nächste Geld. Ich glaube, nicht mal in eine neue Grafikkarte. Äh, das geht in, geht das? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich sollte auch mal, also, ich sollte schon irgendwo an irgendeinem Punkt mal wieder ein bisschen Geld für, äh, PC-Hardware zur Seite legen. Weil es ist auch schon mal wieder nötig. Äh, oh ja. So irgendwie konkrete Pläne, von wann ich abbilden will, habe ich nicht. Das nächste große, äh, Kostenfaktorteil kommt jetzt. Achso, ich habe mich, ich habe gerade gewundert, wer denn da plötzlich von 3 HP hochgeheilt ist, auf irgendwie halbe, äh, halbes Leben. Und dann ist, ist Anubis gewesen. Und da habe ich aufgehört, mich zu wundern. Normal Anubis-Things. Ja, also, die CPU ist auch schon, hast du recht, ist auch schon etwas älter. In Ryzen 7, 2700, äh, X, also, die könnte auch mal Upgrade vertragen. Genau, als nächstes, wie gesagt, kommt jetzt erstmal, dass ich, äh, Tor helfe. Und, au, boah, hat richtig Leben verloren. Aber er fightet auch gerade mit 3 Leuten. Kommst du dazu? Ich habe schon mit 4 gefangen. Na, vielleicht rennen wir auch weg. Genau, äh, ich wollte, soll vielleicht nochmal meinen Satz zu Ende bringen. Das nächste, was, au, das hat wehgetan. Äh, was nächstes, das nächstes kommt, ist, das, äh, mein Umzug. Und der Umzug ist teuer. Kennt ihr alle, die schon mal umgezogen seid? Nicht ungezogen, ganz wichtig. Das gibt eben Leute, die ungezogen sind, darf ich nichts zahlen müssen. Äh, was, was, was sind das denn das hier, wie Teamfights gerade? Ja, die Teamfights sind furchtbar gerade. Also, wir, wir gehen da gerade zu, in zu kleinen Teams rein, als dass das irgendwie sinnvolle Fights sind. Ja, wir machen jetzt hier zu 5 die Mittel. Zu 5. Ja. Also, weiß nicht. Das war elendes Einzelsterben. Genau, und, äh, genau, Umzug ist halt richtig teuer. Okay, mal sehr, keinen Grund da jetzt schon zu investieren. Ja, also... Und, ja, das dumme Tier hat jetzt echt Level, äh, wieder aufgeholt. Die war Level 6, als irgendwie unser Anubis Level 11 oder 10 war. Und jetzt ist die gleich auf. 13, 12, ja, fast. Ja, Anubis war ein bisschen Quatsch, würde ich überhaupt. Ja, das mit dem Umzug, ähm, gestaltet sich noch schwierig, weil, ich weiß nicht, Wohnungsmarkt in Karlsruhe, hast du ja mitbekommen gerade, ist so ein bisschen schwierig. Es ist, äh, ja, da mal, ne irgendwie halbwegs gescheite Wohnung, für bezahlbar Geld. Alles ist nicht so einfach. An Tofu, schlaf du gut, ein Trommel, was schön ist. Und, äh, genau. Genau, einen guten Abend. Schön, dass du da warst. Und viel Spaß dann auch mit dem Video, wenn du es dir dann anschaust. Anubis, wohin gehst du? Anubis, wohin gehst du? Okay, Anubis, das weiß ich, I don't know. Ah, ich vergesse immer, dass ich nicht unter mir ulken kann. Verdammte Axt. Da sind jetzt wieder alle in der Mitte, ne? Nass. Ah, ja. Ich spiele so selten Maui und dann... ...vergesse ich immer, dass man nicht unter seinen Füßen ulken kann. ...was in dem Moment dann natürlich ein großes Elid ist. Ein großes Stern des Elid. Neue Brille. Hübsch. Was kann die denn? Kann die... Sieht die nur besser aus oder siehst du dadurch besser? Das ist eine valide Frage. Gerade ist es 4k, okay. Okay, unser Tor. Achso. Nein, hau nicht ab. Okay, vielleicht sollte ich andere Dinge tun. Oh, ich glaube, die ult war definitiv besser. Oh. Siehst du jetzt 4k? Hat dir denn, ob da die Optiker die reingeritzt oder... ...in das Glas? Der Opfer. Der Opfer. Einfach mal so ins Glas reingeritzt, damit du jetzt immer 4k siehst. Das wäre schon voll der Elend. Okay. Freier Ult. Okay. Okay. Wir machen den mines. Wir machen den 1. Leben wir deine Weg. Hi, Franzi. Ich bin nicht mal wieder hier zu sehen. Was hat mir aufgefallen? Gefühlt, so wie ich das gesagt habe, klang das so nach sexy voice. Kann das sein? Habe ich das gerade auszusehen gemacht? Rampage! Habe ich einfach meine sexy voice bei Exzident? Du fattest Körper, ich bodyblock aus Versehen. Ich bin das nicht gewohnt. Jetzt weiss man, wie es mir geht, wenn ich mal Katholu spiele. Du hast deine Team eine mittel-Einemies-Tower. Das Winko isst den Schwanz. Und du hast jetzt auch so einen Blaulichtfilter drin, so wie es dir jetzt entspiegelt. Oh, ein Spiegel ist so gut, ey. Spiegelgläser. Like damn. Ich habe drei Ringe. Woo! Oh, Pain. Gratulation. Was, was, Kreide? Ich weiss nicht, Kreide hat irgendwas mit deinem Schwanz. Halt die Skorpions, Stingsbums da, auf dem Rücken, ne? Ah, ich kriege doch mal ein Filz. Uuuh, erfolgreich. Bodyblock. Anubis lebt noch? Anubis lebt noch und ich bin schuld. Nice. Oh. Ich, ist geschmolzen. Ah, schade. Schade. Okay, ich glaube, wir müssen raus. Jetzt hat eine Lust auf Streamen und das ist nicht allzu spät. Das trifft sich in letzter Zeit sehr selten. Ah. Ah ja, genau. War by the way, ne? Kein Vorwurf. Nur damit wir uns richtig verstehen, ne? Verstehst du? Verstehst du? Es ist nur ein aufgefallen, dass du fehlst und deswegen ist es umso schöner, wenn du mal wieder da bist. So. Ja, könnte man eigentlich so ein Cooldown-Ding machen. Cooldown-Ding. Ich heile mich ja nicht. Aber warte mal. Ich habe hier Dings einer Nubis dabei, dann könnte man auch Pythax nehmen. Hat irgendwer noch schon Pythax? Nö. Dann freut dich, ihr Nubis. Ja. Ja, nun, was ich vorhin gesagt habe, Franzi, ist mir aufgefallen so, man könnte es auch komplett falsch verstehen, dieses schön, dass du mal wieder da bist. An wegen so, äh, das Ding ist, manche meinen das wirklich so. Das ist furchtbar. Also, mir ist es jetzt schon so oft passiert, in irgendwelchen Storys, die mir begegnet sind, also wirklich, nicht nur irgendwie, ja, Paulanagarten, sondern halt tatsächlich irgendwie, wo ich dann, äh, wo andere Leute angegangen wurden, weil die, äh, nicht ständig da sind. Oder weil sie, keine Ahnung, keine Subs dalassen. Oder weil die bei anderen Streamern auch sind. Skandalös. Genau. Und, äh, das, weil es solche toxische Scheiße halt auch gibt, ist es tatsächlich, blöderweise, muss ich das dazu sagen, dass ich das nicht, so meine. Oh, das ist voll der Elend. So, so dumm das klingt? Ah, verdammt hat es, da war sie noch einen halben Meter in der Ulti drin. Oh ja, Silvanus, mach den Fanta. Ich glaube in dir. Ja, ich hab extra nicht drauf gearschlagen. So. Nur wenn um die 5 die Nacht vorbei ist, so langsam auch Richtung Haya wird angesagt. Klaro, du verstehe ich. so. Genau. Und, genau, für mich ist es halt klar, dass, äh, im Laufe eures Lebens werden eure Prioritäten sich ständig verschieben. Und dann kann es halt auch passieren, dass ich nicht mehr da drin bin. Und das ist vollkommen okay. Ich bin nur unter eurer, äh, euer Unterhaltungsbuch. Und ich, keine Ahnung. Whatever. Das ist alles Unsinn. Genau, deswegen, macht wie ihr wollt, kommt, wenn ihr da könnt. Und wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr Hilfe beim Conn braucht, dann sagt mir Bescheid. Lasst nach. Lasst nach.